Hallo zusammen, ich bin Carlo von der FLEKTER Rockband von Winterthur. Wir haben in Oster im Musikcontainer am 6. Juli ein grosses Konzert. Wenn du auch dabei wärst, Tickets gibt es bei Ticketino.ch. Ich freue mich auf dich! Hallo zusammen, ich bin Angelo, Pitarist und Sänger der Band Salt Spread. Ich freue mich, dich am 6. Juli zu sehen, aus dem Rocknight zu wustern. Ich freue mich!